Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal eine andere Art von Video von mir und zwar bin ich noch im Urlaub und ich konnte mein Blue Yeti leider, leider nicht mitnehmen, aus verschiedenen Gründen und ja, einer davon ist, dass mein Handy mega kaputt ist oder war, dazu kommen wir gleich und ich habe auf Instagram gefragt, ob wir so eine Art ASMR-Lofi-Video machen sollen, von da, wo ich jetzt gerade wohne für die Zeit und ja, bis zum Meer und die meisten haben wir ja abgestimmt, deswegen machen wir das jetzt. Heute ist es zum Glück nicht so warm, es hat auch schon geregnet, aber wir gehen einfach mal los und ich rede einfach ein bisschen mit euch heute. Ist auch mal eine Abwechslung und jo, let's go. Wir befinden uns gerade in einem Pinienwald. Für die, die es nicht wissen, ich bin gerade auf Sardinien. Ich halte mal die Kamera was weiter weg, aber ich bin heute so unzufrieden mit meinen Haaren. Ich hoffe, dass es nicht zu windig ist oder so, aber ja, wir werden ja sehen, ob ich das Video hochlade oder nicht. Ich werde auch gleich mal die Ansicht ändern, damit ihr ein bisschen mehr seht, wo ich gerade hier rumlaufe. Im Hintergrund ist der Kindergeschrei, wie schön. Ich kann euch sagen, ich bin so glücklich, wieder hier zu sein. Ich war hier schon ein paar Mal und ja, ich bin einfach so happy hier. Die Luft ist viel besser, die Leute sind nett, die Leute sind immer ein bisschen abends auf, so ganz spät. Die Haut fühlt sich ja tausendmal besser an. Man sieht schöner aus irgendwie, auch wenn ich heute nicht schöner aussehe, aber der Tag gestern war so anstrengend. Ich erzähle euch jetzt, was passiert ist auf jeden Fall. Also ich habe Probleme mit meinem Handy und ja, was die Batterie so angeht und sämtlichen anderen Gramm. Auch meine Kamera ist kaputt, jetzt immer noch. Deswegen muss ich das mit Kopfhörern machen. Ich wechsle mal kurz den Arm. Und ja, es hatte, seit ich im Urlaub angekommen bin, die ganze Zeit rumgesponnen. Ich muss mal gucken, wo ich bin. Ja, was das Laden betrifft, es hat immer geladen und dann stand da, das Zubehör wird nicht unterstützt und ja, keine Ahnung, total nervig. Und wenn ich den Stecker reingemacht habe, entweder wurde es gar nicht erkannt oder der Akku wurde abgezogen. Ja, und irgendwann ging es dann gar nicht mehr an. Und ich lade ja auch fleißig Videos hoch und möchte dann zurück kommentieren und möchte auf Instagram aktiv sein. Und es ging alles nicht. Es ging halt echt gar nicht mehr an. Und ich war mega verzweifelt. Und bin dann zu einem, ja, zu einem iPhone-Laden, iFix heißt das, gefahren. Ja, bin dann zu dem Reparaturladen gefahren. Die haben sich das angeschaut und haben gesagt, dass da Wasser reingekommen ist. Ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Aber das Handy funktioniert jetzt wieder. Der Display musste ausgetauscht werden. Unten der Dock und die Batterie. Und ich war vor meinem Urlaub erst den Dock austauschen, weil ich wollte, dass alles im Urlaub funktioniert. Aber derjenige, der das gemacht hat, das war so ein... Bin ich hier reingegangen? Ne, ich glaube einer weiter. Das war so ein, ja, so ein Innenladen, der das halt irgendwie, ich dachte, immer vernünftig gemacht hat. Aber der, hier hier in Italien, hat mich gefragt, wer das gemacht hat. Und das soll wohl gar nicht gut gewesen sein. Doch, das war nicht hier. Wieder zurück. Und, ja, jetzt funktioniert aber alles wieder, bis auf die Kamera. Da muss ich wahrscheinlich ein Software-Update machen oder so. Beziehungsweise kein Update, das habe ich gemacht. Das zurücksetzen. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich gerade laufe. Ich hoffe auch, das Bild wackelt nicht zu sehr. Denn ich habe extra ein Stativen, wo mein Handy drauf ist. Und ja, ist schon ein bisschen creepy, alleine rumzulaufen. Aber, wird schon schiefgehen. Und zwar sieht es gerade so aus. Moment. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Grillen hört, aber das hört sich mega schön an, hier immer mit den Grillen. Kommt einfach mit mir zum Meer. Genießt diesen einen kleinen Spaziergang zum Meer. Schaut mal an, wie riesig das ist. Ich muss das hier hinhalten wegen dem Mikro. Ich muss das hier hinlegen. Muss ich mal hier im Kopfhörscherlangen. Ich glaub hier links. Das scheint richtig zu sein. Das scheint richtig zu sein. So, ich kann auch Geräusche mit meiner Muschelkette machen, die habe ich mir auch hier gekauft. Oh man, ich bin mir ganz sicher, ich bin mir ganz sicher, dass ich auswandern möchte. Ich muss halt erst, ja, also ich bin ja schon selbstständig, aber es ist so arbeitsmäßig, aber das muss noch alles ein bisschen gefestigt werden und dann kann ich auch auswandern. Ja, ich weiß nicht, also mir sagen immer alle, ja du weißt aber schon, dass wenn man dann irgendwo am Meer wohnt, beispielsweise das anders ist, als wenn man Urlaub macht. Klar weiß ich das, ich bin ja nicht blöd. Nee, aber klar ist das dann anders, weil man lebt dann hier. Aber, wie gesagt, ich finde die Luft einfach viel, viel besser. Dieses salzige immer. Man könnte theoretisch jeden Tag ins Meer. Ja, und das ist viel schöner. Ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt sieht. Ich bin mega verquollen von gestern. Das war so anstrengend mit dem Handy. Hier kommt ein bisschen engeres Gewächsgebüsch. Ja, auf jeden Fall erlebt es sich hier viel schöner. Und selbst heute an einem regnerischen Tag geht es mir viel besser als in Deutschland. Ich meine, ich bin in Deutschland nicht unglücklich. Man kann sich auch glücklich schätzen, in Deutschland zu wohnen. Aber man will halt immer das, was man nicht hat. Und zwar schon immer so. Ich wollte schon immer locken. Und viele, die Locken haben, wollen wahrscheinlich auch glatte Haare. Nicht alle. Aber ja, oh wow, den Ausblick zeige ich euch. Schaut euch mal das an. Kann man zoomen? Oh ja. Ja. Wie schön. Relax. Vergiss deine Sorgen für einen Moment. Genieße den Ausblick. Oh, es ist so schön hier. Schaut euch das mal an. Die Natur, die Natur, die Natur, die Natur, die Natur, die Natur. So, wunder, wunder, wunderschön. Grausam. Und wunderschön zugleich. Ich hoffe, ich finde hier nochmal den Weg. Aber ich glaube, das war richtig. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Aber ich höre das mehr schon. Wir werden es sehen. Ausblick an. Oh man. Vielleicht treffen wir ja nur auf einen Hund nie. Aber ich glaube nicht. Wir sind jetzt fast da. Ich habe hier einmal einen Hund gesehen. Und mein Herz hat geblutet. Also was heißt einmal? Hier sieht man öfter welche. Aber ich habe den auch gestreichelt. Ich weiß, man soll das nicht machen. Aber der Hund war voll mit irgendwelchen Parasiten. Und das tut einem einfach richtig weh. Aber so ist die Welt. Ich spende oft mal was. Aber, ähm, ja. Das kann halt nicht die Welt verändern. Aber wenn man ein bisschen was macht, ist das schon gut, meiner Meinung nach. Und ganz viele Straßenkatzen gibt es ja auch. Wir haben auch zwei Katzen da in diesem Weingarten. Nennt sich das. Oh, und die werden aber auch immer gefüttert. Ich hoffe, das wird am Meer jetzt nicht zuwendig. Ich muss euch nochmal zeigen, wo ich mich gerade befinde. Und dann ist das ein Pickel. Da hat mich da gerade irgendwas gestochen. Oh. Happy to be here. Hier befinde ich mich gerade. Ich glaube, ihr hört das mehr noch nicht. Aber ich hörte schon. So. Relax. 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 The sand. The sand. Find a sand. Take a second and relax. 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 Sleep. Enjoy the silence. Green. 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 130 gemacht, naja, jetzt funktioniert es da wieder und das ist so gut so. Ich habe ein iPhone 6s und ja, da merkt man wieder, dass Apple da so seine Finger im Spiel hat. Jetzt müssen wir hier langsam hochgehen, sonst verwirre ich mich hier noch in den Dünen. Auf zum Meer mit euch. Ach ja, schaut euch mal allein diesen Hintergrund an. Wow, dieser Ausblick. Ausblick, ausblick. Oh ja, ich sehe das Meer. Ja, wollt ihr es auch sehen? Na, wollt ihr? Ich zeig's euch. Da könnt ihr es sehen. Da hinten ist der Bandi Zuckero oder Zuchero. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Aber wir gehen jetzt mal zusammen zum Meer und genießen ein paar, naja, ein bisschen Wellenrauschen, Meeresrauschen. Ist gerade ein bisschen shaky, das tut mir leid. Aber gleich haben wir es geschafft. Und auf dem Rückweg zeige ich euch noch ein paar Kakteen und ein paar wunderschöne Blümchen. Heute ist der Strand auch mega leer. So Leute, wir sind angekommen an Schönenrauschen. Ja, ich zeig's euch mal. Wir gehen mal näher ran, würde ich sagen. Ich sage auch gar nicht mehr viel. Ich zeig's euch nicht. Ich zeig's halt nicht. Ich zeig nicht mehr zu. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.